Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Zwei Rollstuhlfahrer stehen an der Spitze der Großglockner Hochalpenstraße. Sie beschließen, ein Rennen zu machen, runter ins Tal. Gesagt, getan. Sie fahren los und werden immer schneller. Die ersten Kehren nehmen sie noch gerade so. Aber bei der fünften passiert, was passieren muss. Einer von beiden schießt über den Rand und fliegt ins Leere runter. Der zweite bremst ein, fährt zum Rand, schaut runter und meint, bist du gelähmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017